Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, was ein Vielfaches ist. Zuerst der Merksatz. Lässt sich eine Zahl als Produkt darstellen, so ist sie jeweils ein Vielfaches der beiden Faktoren. Schauen wir uns das Ganze aber an einem Beispiel an. Beispiel. 12 kann ich zum Beispiel schreiben als 3 mal 4. 12 ist somit ein Vielfaches von 3, nämlich das Vierfache. Und 12 ist ein Vielfaches von 4, nämlich das Dreifache. Ich muss die Vier dreimal mal nehmen, um auf 12 zu kommen. 4 ist ein Teiler von 12, dann ist gleichzeitig auch 12 ein Vielfaches von 4. Helfen euch meine Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mich weiterempfehlen würdet. Bis bald. Bis bald.